Gleich zwei Ninja-Parcours, die man auch kombinieren kann, finden sich in der Cosmic Arena. Die sind für persönliche Workouts genauso gut geeignet wie für Teambuilding-Maßnahmen. In dem einen Parcours befinden sich verschiedene Balance- und Hänge-Elemente, die nicht nur Kraft, sondern auch Geschick verlangen. Im anderen Parcours befinden sich neben Balance- und Hänge-Elementen auch Kletterstationen, wo weitere Muskelgruppen trainiert werden. Balance-Gefühl, Hänge- und Griffkraft werden hier mit viel Spaß trainiert. Am Ende des einen Parcours befindet sich zudem noch der Wall-Run mit zwei steilen Rampen. Nicht nur ihr putzelt in die weichen Schaumstoffwürfel unter euch, auch die Kalorien putzeln hier ganz ordentlich mit. Und wer davon träumt, einmal bei der TV-Show Ninja Warrior mitzumachen, der ist zum Training in der Cosmic Arena genau richtig. Einige Kandidaten für die RTL-Show, die haben wir schon.